hey freunde willkommen zum video bevor das video startet ihr könnt in diesem video noch ein polo shirt gewinnen von klasekt beziehungsweise dumm bumm also dumm bumm beziehungsweise klasekt wie gesagt habt ein instagram account ich klicke alles über instagram ab wegen adressen etc ansonsten kommentar da lassen abo da lassen glocke ihr kennt die schose und dann sehen wir uns bis zum nächsten video so freunde testen gleich mal noch für euch die ich muss mal kurz ins licht wir testen gleich mal noch für euch die detonation auf jeden fall von pyroland und ich habe hier auch noch extra hat er extra auch noch ein quackling beam mitgebracht damit man die mal ein bisschen vergleichen können also bist du denn gleich wir gucken uns erstmal da die rauchdinger an der ist verpufft rams knall naja leslie halt was für eine enttäuschung einer von dreien respekt einer von dreien ich wusste euch dass das torte offen ist so also ich packe jetzt schnell noch die teile aus und dann sind wir uns gleich zum test von den detonation deswegen gibt es die wahrscheinlich auch nicht mehr so detonation wenn das feuerzeug möchte das ist alles p1 und süß 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 dann kreання noch einen jetzt kommt aber der quatting beam das heißt ja nicht ins schilf ja okay das war dann wohl nichts ja 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 ja